Und ich kündige mich jetzt selbst an, ich bin der Michael und werde jetzt auch noch was zum Westen geben. Die Manhattan-Projekte der Neuzeit heißen Tempora, Frissen, Indeckt. Ihre Zerstörungskraft ist schleichend und nicht sofort sichtbar und beinhaltet nichts anderes als die potenzielle Möglichkeit, jegliche Systemkritik, die als Gefährdung des Status Quo interpretiert werden kann, im Keim zu ersticken. Warum haben politische, ökonomische und geheimdienstliche Kräfte in den USA, Europa und Deutschland ein Interesse, jeden zu überwachen? Während sie selbst immer mehr Verträge im Geheimen abschließen, immer mehr Entscheidungen außerhalb der Parlamente absprechen und diese dann auch dort getroffen werden. In den USA werden bereits 8 Millionen Menschen. Nimmt man dasselbe Verhältnis von Deutschland, dann wären das hierzulande 2,5 Millionen Menschen in einer Liste als Terrorverdächtig geführt. Darunter befinden sich kritische Journalisten, Wissenschaftler, Politiker, politische Aktivisten von zum Beispiel Amnesty International. Wer hier in Deutschland steckt auch schon in solch einer Kartei? Und was soll mit jedem, die darin geführt werden, passieren, wenn sie sich stärker zu Wort melden als bisher oder mehr mediale Aufmerksamkeit erhalten? Sterben sie dann auch, wie letztens der investigative Journalist Michael Hastings, an einem Autounfall, nachdem er, wie Wikileaks-Anwältin Jennifer Robinson, am Telefon gesprochen hatte und seine Befürchtung äußerte, das FBI beschatte ihn. Es wäre heutzutage höchst naiv anzunehmen, dass es eine solche Akte nicht gibt. Sehr bezeichnet auch, dass der NSA-Chef gleichzeitig Chef des Joint Functional Component Command von Network Warfare und außerdem das United Cyber Command ist, sehr viel Macht für einen Menschen. Politische Paranoia als Zeichen gesunden Menschenverstandes? Bedenkt bitte, dass jene Journalisten und Abweicher in Politik, Wirtschaft, Geheimdiensten, universitärer Intelligenz, die jetzt Flagge zeigen, unsere Unterstützung brauchen. Wir sollten sie nicht im Stich lassen. Belohnen unterstützen wir sie mit radikal friedlichen Protesten auf der Straße. Wenn wir sie nicht unterstützen, werden jene bezahlten Menschen in Politik und Journalismus sich durchsetzen, denen es ihr geregeltes Einkommen und das bequeme Anpassen wichtiger ist. Als die Wahrheit auszusprechen und die Missstände und Gefahren anzubrangern. Das heißt, dieser ganze Überwachungsapparat, ohrwälschen Ausmaß, es wird gesellschaftlich normalisiert und dann ist es nicht mehr weit. Bis es Normalität wird, wenn eines Tages an eurer Nachbarwohnung hilfloses Geschrei zu hören ist, weil wieder ein Mensch abgeholt wird, weil er oder sie sich so kritisch geäußert hat, beziehungsweise ein mathematischer Algorithmus von Prism, Temperor oder Index ihn oder sie als systemgefährdend einstuft. Du selbst, ängstlich und angepasst, wirst dich dann, um den Zwiespalten, die du steckst, nicht erkennen zu müssen, wieder der nächsten TV-Show zuwenden oder dem Wochenend-Party-Access. Am nächsten Tag wirst du dumpf, ohne Lächeln und Freude zu deiner Arbeit gehen, um mal Angst haben, dir nichts falsch zu sagen, um deinen Status quo nicht zu verschlechtern, ohne zu merken, dass du schon längst ein Sklave bist. Ein Sklave, der im Sklavensein akzeptiert und sich einredet, damit ganz glücklich zu sein. Aber dies soll uns keine Angst machen, vielmehr die Dringlichkeit aufzeigen, wie wichtig dieser und der darauffolgende Protest ist. Angst brauchen wir nicht zu haben, weil das System nervös regiert, reagiert. Und außerdem, Angst ist der rote Teppich für den Mut. Jenseits der Elfenbeinturmversprechen unserer Machteliten und den ideologischen Fahnen, die euch in ein neues Korsett stecken wollen, gibt es nur eine Frage, die du dir persönlich stellen musst. Und die lautet, was willst du für dich, deine Kinder, deine Freunde? Freiheit oder Angst? Es ist Zeit, sich zu entscheiden. Geht auf die Straße und redet mit euren Mitmenschen. Bildet Netzwerke, unterstützt euch, lebt euch auf gegen alles, was euch eure persönliche Freiheit nehmen will. Egal, ob es euer Boss ist, euer Vermieter, eine statische Bürokratie, krankmachende Lebensmittel oder ohrwelche Überwachungs- und Kontrollsysteme. Beschäftigt euch mit euch selbst und eurer Umgebung. Hinterfragt euch, in welcher Welt und wie ihr leben wollt und was ihr dafür tut. Erinnert euch an eure Träume. Zu den Parteien gibt es nur eins zu sagen. Egal, was sie plären, straft sie ab, die Deutsche Einheitspartei. Bestehen aus CDU, SPD, FDP und Grünen. Die hinter verschlossenen Türen zusammen klummeln, werden sie in der Öffentlichkeit einen Diskurs vortäuschen. Was fehlt uns? Wir müssen endlich wieder einen Diskurs führen. Wie wollen wir leben, verdammt nochmal? Doch in einem anderen Teil der Welt, jene, die nicht nur die etablierten Medien lesen, werden davon wissen, für den einen oder anderen ist es wahrscheinlich neu, es gibt eine soziale und kulturelle Revolution in Südamerika, der 500 Jahre lang, der Kontinent, der 500 Jahre lang von Europa und den USA vergewaltigt wurde. So hat Bolivien als erstes Land der Welt den Schutz der Mutter Erde in die Verfassung aufgenommen. Die höchsten Richter des Landes werden direkt vom Volk gewählt unter Verbot eines verzehrenden Wahlkampfes. Stattdessen wurden 48-seitige Dossiers ausgegeben, wo sich jeder Bewerber vorstellen konnte, welche kostenlos an die Bevölkerung verteilt wurden. Sogar zwei Drittel der höchsten Richter sind im Übrigen Frauen in einem Land, dem man Machokultur nachsagt. Währenddessen finanziert der Westen unter Mithilfe der reichen Elite des Landes Sabotageakte auf Betriebe und Mordanschläge auf Münster. Ich war einmal in diesem Land gewesen und ich sage euch, unsere Medien erzählen größtenteils Bullshit. In Venezuela wird ein Sozialismus von unten aufgebaut. Die Armut sank unter Chavez rapide. Die Versorgung des ärmsten Teils der Bevölkerung mit medizinischer Hilfe hat sich verbessert und die Öleinnahmen kommen entgegen den Aussagen der Massenmedien nun vor allem der Bevölkerung zugute. Die Taz zum Beispiel schrieb, Chavez würde Medien zensieren. Doch das war eine Lüge, denn Chavez verlängerte lebendig keine Sendelizenzen von Sendern, die ganz offen zum Bürgerkrieg aufrufen. Setz the point. Auch in Argentinien tut sich einiges. Es findet sich im Gegensatz zu Spanien eine Aufarbeitung der Militärdiktatur statt. Viele hochrangige Verbrecher sitzen nun im Gefängnis und die Kirchner Regierung fördert massiv den unabhängigen Bürgerjournalismus, um die Medienmonopole der immer noch CAE-gesteuerten Privatmedien zu brechen. So ist es nicht verwunderlich, dass die westliche Welt und Medienlandschaft uns gerade jene Entwicklung in diesen Ländern verschweigen, denn dann würden wir die Praxis sehen. Eine andere Welt ist möglich. Ein Wort an unsere Polizisten möchte ich auch noch verlieren. Wir wissen teilweise sogar aus euren Mündern im vertrauten Gespräch, ihr habt die Schnauze voll. So war Furcht, dass manche Polizisten jemanden nicht mal auf Demonstrationen traut, auch im Zivilen, weil er Angst hat, abgefilmt und erkannt zu werden, um so seine Pension zu verlieren. Was hat das mit Demokratie zu tun? Habt ihr nun Befehle hinsichtlich eures Gewissens zu überprüfen und bedenkt, ihr dient dem Volk, nicht der Politiker und Finanzmafia? Und bedenkt, dass eventuell auch eure Kinder eines Tages gegen dieses unmenschliche System demonstrieren könnten, welches ich nur als System des Gamm-Handschuh-Faschismus bezeichnen kann? Und wollen wir nicht hoffen, dass es dazu kommt, dass die Handschuhe in naher Zukunft ganz abgestreift werden und eure Kinder, wenn sie erwachsen sind, in einem totalitären Staat namens Deutschland oder Europa leben? Abschließend möchte ich meinen Redebeitrag nur noch den Jörg Fauler zitieren, der über einen Mann, einen Rebellen stieg, der schon 1948 erkannte, wohin sich die Welt entwickeln wird. Er stand im Spanischen Bürgerkrieg an der Front gegen Frankos Faschismus, lernte die faschistoide Seite des britischen Empires als Polizeikorporat im Wurmer kennen und die Propaganda bei seiner Arbeit als BBC-Sprecher. Die Rede ist von George Orwell und seiner in die Zukunft projizierte Realitätsbeschreibung namens 1984. Also, ich denke, Inhalte sind immer noch wichtiger als die Musik. Wenn man Orwells Bücher heute liest, kann man ihm dennoch, wo er immer sein mag, getrost zurufen. Alles in Ordnung, George. Wir brauchen dich immer noch. Der Kampf um die Freiheit ist immer noch eine lohnende Sache und die Wahrheit muss immer wieder neu entdeckt und beschrieben werden. Läuse und Ratten, Hunger und Kälte, Tod und Lüge. Immer noch ist der Beruf des Rebellen unentbehrlich und im Grunde der Einzige, den zu ergreifen es sich lohnt. Auch 1985 wird es Anarchisten geben. In Fußnoten und anderswo. Und auch einen Frühling gibt es wieder. Solange man nicht krank ist, Hunger leidet, in Angst lebt oder in ein Gefängnis oder Ferienlager eingesperrt ist, ist der Frühling, immer noch der Frühling. In den Arsenalen türmen sich die Atombomben immer höher, Polizei patrouilliert durch die Städte. Eine Flut von Lügen entsprömt den Lautsprechern. Aber unbeirrt, umkreist dies Erde die Sonne. Und alle Diktatoren und Bürokraten, so sehr sie den Vorgang misswilligen, sind nicht imstande, ihn zu verhindern.